hey leute ich möchte euch nur kurz informieren bevor das let's play losgeht ich hatte probleme mit dem sound es gab ein kleines update deswegen sind die kollegen novi und jürgen in den let's play folgen echt leise zu hören ich habe schon alles unternommen in den neuen let's play folgen funktioniert wieder aber die folgen sind leider aufgenommen und wir behalten sie so ich danke für euer verständnis und jetzt geht das let's play los viel spaß hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren vls 17 auf der map silber susan mit unserem fleißigen helfer jürgen ist auch wieder am start wir machen weiter das meist fällt ich fahre ihn weiterhin fleißig ab bringen direkt die nächste fuhre weg ich fahre so mal bei 60 prozent dann passt das immer dann brauche ich stehen ich bin noch weiter dabei fleißig die strohballen einzulagern ja ihr seht es selber ich habe ganz vergessen in der letzten folge zu sagen wenn euch gefällt lasst ein abo da und kommentiert vor allem feedback ist auch immer schön das könnt ihr mir da lassen oder meistens so schwer ich bin fast daneben gefahren soja ihr wisst es ja guckt euch die folge an ich freue mich auch darauf jetzt was gar nicht mehr was sagen soll ich war jetzt erstmal den mais weg ja jetzt habe ich mich schon wieder fast versprochen aber ich muss feststellen ich konnte sogar kurz play an machen auch im multiplayer aber ich habe das jetzt ausgemacht weil es immer gestört hat bei den ballen rein machen wenn ich die gabel immer in die ballen rein mache dagegen immer kurz play an mann 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 dieser verkehr dieser verkehr so nehmen wir jetzt wieder schön auf das freut mich jürgen ist immer noch fleißig am helfen ja der macht schön das mais fällt weiter aber wenn du willst wir können auch mal tauschen dann 3 ich und du fährst ab wie du willst okay ich wollte gerade sagen ihr seid ja fast gleiches baujahr aber so alt ist er glaube ich doch auch nicht und du spielst wieder world of tanks aber da fährst du noch oder stehst du einfach nur festen die du fährst da auch noch eine artillerie aber die meisten aber da muss doch irgendwo wer sagen wo du hinschießen muss oder schießt auf gut glück ok ja so ja ich komme zurückgefahren ich weiß noch nicht vielleicht mache ich heute auch noch mal ein live stream heute abend nämlich wieder mit der novi auf und ja hallo nur wie vielleicht guckst du auch zu das weiß ich gar nicht hast du schon mal unser projekt gesehen dann habe ich mit nur wie nämlich ww auf da machen wir so halt ein bisschen zusammen auch ein bisschen reden über ww so machen wir was anderes als wenn man wenn er nur alleine spielst da haben wir ein schaden leveln wir zusammen und da ist heute abend wir die aufnahme session das geht glaube ich so wie bis 23 uhr nämlich überlegen ob ich heute vielleicht doch mal live streamen vielleicht noch mal ein bisschen dead island das wäre auch noch mal schön oder nein heute heute ist eigentlich vielleicht es kam dran das weiß ich nur ja lasse ich mich überraschen aber wenn ihr das video seht da ist das sowieso schon geschichte bei der großen action die ich der geschickt habe locker 40 45 aber das war hammer hart das war das hat so richtig spaß gemacht gut der server hat total geleckt ist klar bei 64 männer darauf und alle zusammen und alle am knallen und überall waren zombies sowas mal durch eine schneise wusste nie die schneise wie bitte wo hast du denn eine schneise ach da lang habe ich gesehen warte ja wir sind wir haben uns alle auf den punkt getroffen da waren dann alle mann ist es war ein spielmacher dabei warte mal ich komme ein spielmacher der hat halt der war sommer der general und zwei admins haben halt so die die zombies bohren lassen dann punkten wo wir dann waren und ja da waren wir dann so 30 35 vielleicht waren auch 40 mann haben uns getroffen erstmal alle in einer linie aufgestellt einer reihe hast ja gesehen dann durften erstmal die gestützen machen und hinlegen aber alles so auch mit ps reden alles so rollenspieler mäßig dann sind wir losgewandert in die erste stadt die hammer gesäubert da kann man auch viele zombies an dann an einen bauernhof haben wir dann rast gemacht hast du auch das bild wo wir feuer machen haben drei leute waren jahren drei haben feuer macht der rest hat gegessen und ab sind getrunken und so alkohol so was jeder dabei hatte und dann sind wir zum bunker gegangen haben wir in 44 truppen uns aufgeteilt ich war unter kane und ja dann wollen wir mal so acht mann acht bis zehn mann zirka und dann sind wir von allen hilmens richtung haben wir den bunker angriffen und die kam von überall die zombies das war so so walking dead mäßig so aber so richtig so richtig action aber ich muss sagen das hat richtig spaß gemacht so warte mal wie setze ich den am besten jetzt ab ich muss sagen mein hier 661 muss das sein der kämpft ganz schöne wird mit mit 16 ballen hinten drauf der ist voll am kämpfen so wie war das denn abladen wir mal ballen entladen z ja aber das vorhin hast du den einen leichen berg gesehen die waren auch dabei die haben auch erst weil da ein bunker laufen meistens zwei bis drei roboter rum die haben wir auch zusätzlich zusätzlich zu den zombies gehabt nicht nur dass die zombies rausgelaufen kann jetzt habe ich das falsch gemacht nicht nur dass die zombies rausgelaufen kam haben auch diese der alle kommt roboter auf uns geschossen aber das war echt gut das war auch mit einer der größten aktionen diese bisher gemacht haben ja leute jetzt holen wir noch mal ein paar strohballen hier ab mal gucken eigentlich hätten wir den einklappen müssen aber egal jetzt waren wir so jetzt klappt er hinein jetzt jetzt können wir wieder ausklappen und bei uns auf dem server gibt es ja verschiedene fraktionen es gibt die händler fraktion habe ich mir jetzt nachtsicht gerät von wem gekauft es aber weil in dem spiel kannst du fast jede munition herstellen außer schrotflinten munition und das ist halt seine währung da muss sich paar von meinen raren schrotflinten munition abgeben aber das nachtsicht gerät das lohnt sich echt also ich habe jetzt gerade ein bisschen nachts gespielt weil sonst hätte wäre ich schon bestimmt zweimal gestorben du siehst keine zombies in der nacht das ist echt schwer genau also du siehst dann halt alles grün und es gibt die rangers da will ich mich jetzt anschließen so diese mehr auf zombies und es gibt die räuber fraktion die dürfen ein ausraum bis zu neun slots dürfen sie erbeuten also ich glaube du musst an den rucksack hinlegen und dann dürfen sich bis zu neun sachen aussuchen also neun punkte weil die sommer ein kochtopf hat sechs slots und sie dürfen maximal neun slot zeit bluten wenn du pech hast nehmen sie mir meine ganze munition weg aber es ist so gedacht dass du nicht getötet wirst außer du schießt oder du schießt als erstes oder ne es ist halt wie ein überfall und die rangers sind halt so ein bisschen da das einzudämmen es gibt die kannibalen fraktion die dürfen halt nur die steinzeit waffen nehmen also hier steinmesser steinsperre jetzt kommt er mit dem neuen patch soll ja auch pfeil und bogen mit rauskommen und endlich mal fahrzeuge normal sind wir mal gespannt und die dürfen ein halt töten ohne dass sie was sagen die zerstückeln nicht nimm den kopf mit und essen nicht daran da wahrscheinlich aber sie dürfen dein lud nicht anfassen da bleibt dann halt bestehen dass du da wieder hinläufst und dann den lud wieder hast na der hatten wenn eine kreis hier mit dem ding ein riesen wenn der kreis dann müssen wir mal gucken gleich zwischen 10 und 15 uhr sollte der techniker kommen wir haben vor paar tagen glaube ich am donnerstag haben einen brief bekommen dass wir uns melden sollen wegen einem termin weil vodafone was umgestellt hat sagt samstag was weg ich dachte das werden so werbung oder so gewesen ja irgendeine ahnung irgendwie haben sie das signal geändert und hier müssen wir haben angerufen hier müssen sie jetzt das alte ding ausbauen und das neue einbauen ich habe ich weiß es auch nicht ich habe keine ahnung was er hier machen will ich bin einfach gespannt nee das muss irgendwo unten im keller beim sender sind ja wo das reinkommt das kabel genau ich habe keine probleme ich habe kein phönix mehr okay diesen monat geht auch walking dead weiter und geht nicht geht nicht nächstes monat auch vikings weiter oder zwei monate ok und dann ist ja auch bald schon wieder games of thrones ne 8 september ich dachte januar 2019 auch so so du schreist dann ich muss sagen mit der neuen gabelkrise ein bisschen besser die ist auch ein bisschen schmaler und nicht ganz so hoch gut der obere hängt nicht ganz fest da muss ich ein bisschen vorsichtig sein und dann geht es bald in die große schweine zu da wollen wir mal gucken ob das nur ein fehler war ob da wirklich so wenig schweine kommen müssen wir mal gucken ok wie viel muttertiere hatteste wie viel ganze reinpacken ok da bin ich mal gespannt ansonsten haben wir ja genug dann bringen auch noch die anderen mastanlagen zum laufen aber wohl gesagt alles in echtzeit ja die nacht drüber habe ich auch durchgearbeitet also nacht habe ich meistens saaten gemacht feldarbeiten sogar dabei eigentlich und dann habe ich immer so neben dem wo der getreide trockener ist ja da brauchst du auch wasser und konzentrat muss daran bringen ok weil ich habe bis jetzt ist mir dabei in vorne auf die haube geflogen ja weil ich brauche noch wir brauchen noch flüssiges ich habe mir den reingeholt für den mbtrag die spritze da habe ich noch gar nichts geholt da war ich noch bisschen faul ok nur das werden wir dann machen wir mal hier alles gepflanzt haben also wenn du richtig durchrechnest die kleinen handkanister sind zwar preiswerter aber auf die gesamtsumme gesehen legst du auch nicht Geld drauf also man bringt nichts ja ist auch die arbeit ne 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 weiteren folge ls 17 mit dem jürgen der erst dann wahrscheinlich auch wieder dabei ist noch fleißig am meist weg dreschen und ich packe immer noch die guten strohballen rein ja ihr seht es lasst ein kommentar da wenn ihr die folge gut fandet feedback wenn ihr es wollt auch ein abo oder daumen hoch das würde mich freuen wir sehen uns beim nächsten mal nächste woche ich danke fürs zuschauen auf wiedersehen und tschüss